Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might & Magic Teil 9. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir wollen mal schauen, ob wir jetzt noch ein paar neue Rüstungen bekommen können. Geld haben wir ja gerade. Vielleicht bekommen wir ja noch was Schönes. Ja, das Schild. Ich glaube, du kannst es nicht tragen. Ah, du könntest jetzt ein Schild tragen. Das würde immerhin nochmal Rüstungsklasse hochbringen. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht und Schild kannst du ja tragen. Allerdings bist du dann, glaube ich... Ah, jetzt muss ich nochmal nachschauen. Ähm, hat man nicht Schild bei dir gelernt? Ich dachte, mich zu erinnern, dass wir Schild gelernt hätten. Schild... Achso. Ja. Nein, mein Fehler. Falsch in Erinnerung. Schild kannst du irgendwann mal lernen auf Experte, aber jetzt noch nicht. Dazu müssen wir dich erstmal aufwerten. Ja, okay. Nein, dann brauchen wir kein Schild. So. Ich hätte gesagt, wir wollen uns vielleicht mal das hier holen. Das hat eine NK 15. Das ist auf jeden Fall um einiges besser als das, was wir sonst so hatten. Kostet zwar auch einen Haufen Geld, aber ich glaube, das bringt schon was. So, dann hätten wir das. Und dann würde ich vielleicht noch so eins mitnehmen. So, jetzt rüsten wir das erstmal aus. Dann würde ich nämlich sagen, Eisern, das solltest eher 2 bekommen. Also, im Moment haben wir 32. Das kann ich nicht gebrauchen. Wisch. Kann ich nicht benutzen. Ach, den kannst du noch gar nicht ausrüsten. Ah, dazu müssten wir wahrscheinlich... Kann ich nicht gebrauchen. Kann sich Kämpfer nicht ausrüsten. Kann ich nicht gebrauchen. Mit diesen kann sich Kämpfer nicht ausrüsten. Also, Kämpfer können sich nicht ausrüsten damit. Äh, sprich, für Eisenketten-Ding. Naja, ein Glück habe ich gespeichert gehabt. Ähm, für dieses Eisendings da müssten wir entweder Rüstung auf Experte sein. Oder wir müssten schon, ähm... Ich habe schöne Rüstungsgegänge. Oder wir müssten auf jeden Fall nicht mehr Kämpfer sein, sondern schon der Nächsten. Äh, was war das? Äh, Kreuzritter oder... Äh, Kreuzritter oder... Ja, das andere Ding halt. Müssten wir sein, je nachdem. Na gut. Das geht also nicht hier. Aber wir könnten dann den hier nehmen. Das ist ein NK2. Den könnten wir für Fala holen. Die hat schon so ein gepolstertes Ding mit 8. Ja, dann holen wir uns so einen. Ähm... Ähm... Beziehungsweise... Ah, vielleicht... Ah, nee, das ist nur 7. Das ist... Ich finde, das gepolsterte Leder hier ist stärker als das gehärtete Leder. Das finde ich irgendwie lustig. Und das geschubte Leder ist mit 9. Das wäre auch nicht so verkehrt. Dann hätten wir... Ja, dann holen wir uns noch ein geschubtes Leder. Und ich glaube, das lässt so... Obwohl... Ich könnte ja noch einen von denen hier holen. Und ich hole noch mal so einen hier. Okay. Dann bekommst du hier... Das Ding hier so einen an. Jetzt sind wir auf 28... Moment, was war mal vorher? Ja, 26 und jetzt sind wir 28. So. Dann... Du hast auf jeden Fall mit 12 schon was Besseres. Dann sind wir... Das ist, glaube ich, ein 10er, gell? Ja. Das ist ein 10er. So. Dann kriegst du... Wo bist du? 22, 21. Ja, das ist relativ... Ihr seid immer relativ gleich. Dann kriegst du vielleicht auch noch mal so einen. Dann ist... Etria... Moment. Ich hab mir das falsch aufgeschrieben. Dann ist Etria auf... Ähm... 10. Hab ich mir das... Moment. Du bist auf jeden Fall 4. Das passt. Das ist 4. Das passt. Der Gürtel ist 6. Passt. Brust ist jetzt 10. Ja, okay. Das passt soweit. Und das ist 5 bis 14. Ja, okay. Äh... Ich musste mir einfach noch mal kurz anschauen. Das ist... 9 bis 13 passt. 20 passt. Kopf ist 5. Hände sind 5. Füße sind 4. Gürtel sind 2. 12. Ja, jetzt passt die Sache. Okay. Also dann hast du das hier. Du hast den hier. Und dann haben wir noch dieses... Dieses Teil hier. Dann... Bekommst du... Dieses geschubte Leder hier an. Immerhin auch ein bisschen... Ganz kleines bisschen besser. Als vorher. Äh, was heißt ein kleines bisschen? Schon um einiges. Das ist 9. Gut. Dann haben wir das auch erledigt. Das könnten wir verkaufen nochmal. Äh, die 2 könnten wir verkaufen. Habe ich... Woher habe ich so 2 Dinger? Ja, auf jeden Fall. Jetzt sieht es auf jeden Fall schon einiges besser aus als vorher. Okay. Dann lasst uns mal das Zeug noch verkaufen. So. Und dann sind wir fertig. Waffen brauche ich, glaube ich, jetzt gar nicht groß zu schauen, denke ich mal. Gut. Da war auch jetzt nichts drin. Level up. Brauchen wir auch nichts zu machen. Auf Experte können wir jetzt auch noch nicht weiterkommen hier. Das heißt, es geht tatsächlich weiter nach Drangheim. Mal sehen, was uns da erwarten wird. Ich denke, da ist der nächste Jarl auf jeden Fall drin. Die Schwester von diesem Jarl. Und, äh, auch für die müssen wir wahrscheinlich ein oder zwei Aufgaben erledigen. Mal sehen, was es dafür zu tun gibt. Und ich hoffe, dass wir noch ein oder zwei andere Quests kriegen. Und natürlich, äh, vielleicht auch noch ein paar Sachen, wo wir ja Experte werden könnten. Wie gesagt, wie zum Beispiel Wahrnehmung. Oder Fallentschärfen. Oder Handel. Handel wäre eigentlich auch gar nicht so schlecht. Dann könnte man ein bisschen mehr Geld machen. So, dann sind wir dann im Süden von dieser Insel. Und danach könnten wir irgendwo anders mal hinfahren. Da müssen wir wahrscheinlich mit dem Schiff fahren. Aber erst einmal lange, lange. Jetzt müssen wir ein paar Minuten laufen, bis wir zum Süden von der Stadt hinkommen. Schade, dass man das nicht verschnellern kann. Ja, aber wir laufen schon so schnell wie möglich. Und natürlich die Licht und, äh, Geist. Also die ganzen, äh, magische Dinge. Aber wenn wir die auch für Experte noch bringen könnten, wäre auch ziemlich klasse. Dann würde vielleicht auch das Heilen besser gehen. Und natürlich, ähm, ja, wie heißt's? Vielleicht auch, äh, Mana natürlich hochgehen. Und man könnte noch das ein oder andere machen. Die Zauberwörter vielleicht besser laufen. Ja gut, schauen wir einfach mal. Schauen wir einfach mal. Drangheim. Ich bin jetzt mal gespannt, was uns da erwarten wird. Ich denke, das wird so sein wie hier, dass wir dann so ein großes Gebiet haben, wo wir auskundschaften können. Und ich bin hier falsch gelaufen. Haha. Gut, dass ich nochmal geschaut habe. Ähm, also so eine große Karte wie hier. Vielleicht mit ein oder zwei Dungeons drauf, schätze ich mal. Und dann wahrscheinlich noch die Stadt. Und in der Stadt vielleicht auch noch ein Dungeon. Schauen wir mal. So, da müssen wir lang. Ist da irgendetwas dahinter? Ach nee, das waren glaube ich nur zwei Fässer. Wo wir nichts groß machen konnten. Okay, da waren wir ja schon überall. So, zwei Tage wird das dauern. Aber, ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. So. Neblig hier. Schauen wir mal die Karte an. Wo sind wir? Wir kommen von hier oben. Guck mal, da sieht es aus, als ob es auch noch weitergehen würde. Ich dachte, wir hätten jetzt nur die Karte. Ah nee. Die Karte kann natürlich auch noch mitscrollen. Ähm, ja. Also, das ist jetzt der Norden von der Karte, wo wir gewesen sind. Und das ist jetzt quasi der Süden. Also, das ist jetzt hier das Süden. Und ich schätze mal, das da wird dann die Stadt sein. Das da wird dann die große Stadt sein. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch was. Hier noch was. Das da sieht aus wie eine Riesenspinne. Ich bin... Oder ein Totenkopf. Ja, ich bin mir auf jeden Fall... Ich glaube nicht, dass uns das gefallen wird. War kaum der Mühe wert. Gewonnen! So. Ein oroschfarbener Trank. Das ist auch ungewöhnlich. Kannst du das, äh... Genauer... Noch mal ein Buch der Fertigkeiten. Okay. Und da ist noch was, was so rumliegt. Und wir haben noch einen Gegenstand gewonnen. Und sind nicht krank dabei geworden. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Ich finde es gar nicht mal so sehr. Spezial fügt als Bonus 5 Resistenzpunkte gegen elementare Magie hinzu. Das ist der erste Ring, den wir jetzt haben, wo uns auch wirklich was bringt. Den ziehen wir auf jeden Fall mal an. Steht das jetzt auch irgendwo hier eigentlich bei den Werten? Ah ja, hier. Zauberresistenz. Unsere erste richtige Zauberresistenz. Ist doch gar nicht mal so schlecht, finde ich. Heiltkrankheit, finde ich auch ganz gut. Kriegst du mal. Elementarmagie kann verkauft werden. Wenn du das so sagst, dann wird das wohl auch so sein. Nochmal ein Zauberbuch. Und ein Runenstein. Hier ist sonst nichts mehr. Kurz speichern. Dann schauen wir mal hier. So, wir sind wieder krank geworden. Und nochmal ein Zauberbuch. Ah, wenn wir Glück haben, ist vielleicht Krankheit heilender mit drinnen. Das ist Schund. Schwäche heilen. Lasst liegen. Zaubermine. Brauchen wir definitiv nur eins. Das ist Schund. Ein Feuerstein. Objekt fährt zaubern. Für Elementar und Geist. Normal. Objekt fährt zaubern ist auf jeden Fall ziemlich gut. Das will ich auf jeden Fall behalten. Denn ich weiß jetzt nur noch nicht, sollte das jetzt eher du bekommen oder du bekommen. Das hört sich jetzt so an, als ob das ein bisschen schwierig wäre. Viel zu leicht. So. Da liegt noch was. Schauen wir gleich mal. Ja, ja, ich weiß, du bist schon wieder krank. Oder noch mehr krank. Oder kränker als vorher. Aber gut, das wollen wir machen. Wir müssen ja auch schauen, was... Das schreckt mich doch nicht so. Wir müssen doch auch noch schauen, ob da irgendwas Gescheites drin liegt. Hast du das schon? Ja, das hast du schon. Dann bleibt uns nur der Weg hier weiter. Und da haben wir... Ist das ein Gegner? Obla. Ich weiß nicht, was das ist. Ein Feldknecht. Ihr seid wahrscheinlich uns feindlich gesonnen, oder? Ihr seid feindlich gesonnen, ja. Ja, ich glaube, wir sollten hier eher in die Dark-Half-Ding reingehen. So, und du auf jeden Fall heilen. Hautsch. Und du mach mal, glaube ich, ein Segen rein. So, das trifft man auch besser. Nein, wir machen mit dir weiter. Wir heilen dich gleich nochmal durch. So. Und das war es auch schon gewesen. Sonst ist hier nichts. Okay. Schauen wir mal beim Feuer. Nichts. So, wo sind wir denn jetzt genau? Da sind wir. Das heißt, da können wir auch gar nicht runtergehen, oder? Oder wir sollten besser gesagt nicht runtergehen. Oh, da haben wir die Nächsten. So. Segen ist, glaube ich, schon weg wieder, oder? Das hat auch nicht so lange gehoben. Das hat leider auch nicht so lange gehoben. Das hat leider auch nicht so lange gehoben. So, das war es. Die immer mit ihren theatralischen Umfallen. Da oben ist wieder was. Das ist... Kann man das benutzen? Was? Was? Wieso vergiftet? Wieso vergiftet? So, und du auch nochmal. So. Okay, bei den ersten hat es irgendwie geklappt. Bei den zweiten war es Vergiftung. Keine Ahnung warum. So, hier geht es auf jeden Fall weiter, wo wir wahrscheinlich da runterkommen. Dann schauen wir uns aber erstmal da oben an, was das da ist. Vielleicht ist das auch so eine Burg, die wir ja irgendwie... ja, irgendwas machen müssen. Oder ist das das Gefängnis? Weil wir wissen ja, dass es irgendwo hier noch ein Gefängnis geben muss. Prison. Ja, das ist das Gefängnis. Das soll mal auf jeden Fall jemand befreien. Die Frage ist, wenn wir den jetzt befreien, kommen wir in der Stadt vielleicht nicht weiter? Oder ist das egal? Ha. Gehen wir erstmal in die Stadt rein. Also, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht findet man auch irgendwo noch einen anderen Eingang oder so. Wenn ich das so sehe, vielleicht ist da drüben hier irgendwie noch ein Eingang oder irgendwas. Wobei, ich glaube es fast nicht. Aber, ja. Also, da ist auf jeden Fall das Gefängnis. Und im Moment sieht es nicht so aus. Wir müssen ja von den Jals alle Vertrauen gewinnen. Das heißt, auch wenn wir den befreien, ich glaube, da ändert sich nichts groß dran. Okay, und hier haben wir eine kleine Stadt. Das ist jetzt ungewöhnlich. Äh, nicht ungewöhnlich, aber unerwartet. Unerwartet trifft es eher. Und eine kleine Stadt. Ja, das... Das sieht komisch aus hier. Wie wenn... Ja, das Wasser ist anscheinend nicht richtig aufgeploppt, weil wir noch zu weit weg sind oder wie auch immer. Ah, okay. Dann schauen wir uns mal hier um. Was ist das für ein Gebäude? Können wir nichts mitmachen. Können wir mit dir reden? Kommt ihr, um uns zu helfen? Vielleicht dürfen wir euch ein paar Fragen stellen? Natürlich. Habt ihr irgendwelche Neuigkeiten? Diese gemeinen, fiesen Jobbos sollten mal so richtig weichgeklopft werden. Was wisst ihr von den Jobbos? Das sind diese gemeinen Verbrecher, die hierher kommen und Dinge stehlen. Wir müssen sie loswerden. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Schauen wir uns gleich mal an. Nee, da gibt's nix. Wir schauen uns ja auch die Häuser an. Da haben wir nochmal einen Brunnen. Kommen wir da runter oder ist das eine Art Eingang für einen Dungeon? Oh, Moment. Okay, hier sehe ich jedenfalls nichts. Ah ja. Und hier kommen wir nochmal ins Gefängnis rein. Es gibt tatsächlich... Es gibt tatsächlich einen weiteren Weg. Also, ja, das ist gar nicht so schlecht. Also, ich hätte nur gedacht, der Weg wäre da oben und nicht hier unten. Aber gut. Soll uns recht sein. Dann würde ich eher diesen Weg gehen, um in den Dungeon zu kommen. In das Gefängnis. Dungeon. Wie auch immer. Hoch. Die Tür ist zu, wird aber eigentlich angezeigt, wie wenn was wäre. wenn wir mal was machen könnten. Ah, vielleicht gibt's diese Quest auch, was man hier machen könnte. Ah, hier. Vielleicht gibt's diese Quest in der Stadt drinnen. ein Krummschwert. Oh, das sieht eigentlich aus. Das da kann verkauft werden. Das kann verkauft werden. Und die schauen wir uns nochmal genauer an. Ich hätte jetzt gedacht, die gibt uns vielleicht eine Quest, dass wir hier alles befreien müssen. Aber, vor allem, als ihr erst fragt, ob wir ihr helfen und so weiter. Aber, ja. Lasst liegen. Das ist Schund. Das ist Schund. Können wir eigentlich auch verkaufen. Und die hier sind alle nicht, ja, das kann man verkaufen. Der Krummsäbel ist ein ganz normaler Krummsäbel. Ali Dutta mit 5 bis 13. Ne, das ist, äh, auch nicht ganz so, was sie mal wollen. Na gut. Dann geht's mal weiter. Schauen wir mal. Vielleicht gibt's da tatsächlich eine Quest, dass wir hier irgendwas machen müssen, um das Dorf hier zu befreien oder so. Ähm. Lasst uns mal hier auch reingehen. Das sieht aus, wie wenn es eine Sackgasse wäre. Aber schauen wir mal. Vielleicht finden wir da auch noch was. Ja, ihr mögt Fahler aber wirklich besonders gerne hier. Habe ich den Eindruck. Ja, ihr mögt Fahler wirklich besonders gerne. Ja, und unser Zwerg auch. Äh, wow. Das sind aber echt eine ganze, ganze Menge. Können wir hier mal, hm. Gift vielleicht machen. Hier machen wir mal wieder Heilung. Ist der jetzt was giftig geworden hier? Hm. Oh, wow, 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 wow. Ja, die sind etwas noch heftig hier. Vielleicht sollte man hier später wieder herkommen und erst mal in die Stadt gehen. Äh, ja. Ich lade nochmal neu. Also da gehen wir jetzt nicht hin. Wir gehen eher mal in die Stadt und da oben, äh, da, das lassen wir jetzt erst mal. Dann hätte ich gesagt, gehen wir auch nicht hierher oder hierher, sondern gehen direkt in die Stadt. Vielleicht noch beim Anleger hier vorbei. Aber, ja, ich glaube, Stadt ist mir lieber auch mal schauen, ob wir da so alles finden. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass das alles eine Quest mäßig was zu tun ist. Das Wasser sieht aber echt seltsam aus. Ist das vielleicht, weil es zu dunkel ist? Ja, ich glaube, ich sehe Wellen. Ich glaube, es ist einfach nur zu dunkel. Ich glaube, es ist einfach tatsächlich einfach nur zu dunkel. Aber es sieht halt einfach komplett schwarz aus und damit wirkt es irgendwie sehr, sehr kaputt irgendwie. Aber gut. Wollt ihr mitreisen? Einige Fragen stellen? Habt ihr irgendwelche Neuigkeiten? Um die Ascheninsel sind die Gewässer gefährlich. Seid vorsichtig, falls ihr in der Nähe der Insel geraten solltet. Was wisst ihr über das Segeln? Ich bin einer oder wenigen Seemänner, die um ganz Rischs gesegelt sind. Ich werde in die Geschichte eingehen. Wartet nur ab. Und wir kommen ja hier weg. Wenn ihr auf der Suche nach Abenteurern seid, reist mit dem Boot nach Gubaland. Von dort aus könnt ihr zum Festland von Schädtieren segeln. Okay. Und wenn wir hier reisen wollen? Gubaland, ein Tag. Das kommt wahrscheinlich, er hat ja auch gesagt, nach Gubaland. Das könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es tagesabhängig ist. Ja, okay. Dann gehen wir mal in die Stadt rein. Ich bin mal gespannt, was wir da so finden werden. Also wir haben auf jeden Fall schon mal ein Dungeon und zwar das Gefängnis. Und ich hoffe, ich verscherze mir das hier nicht, wenn wir ins Gefängnis gehen und den einen befreien. Aber das kann ja eigentlich nicht sein. Dann könnten wir ja die hier nicht... Okay. Ach, wieder die falsche Taste. Ja gut. Das sieht aus wie eine etwas größere Stadt, die zuerst krass gebaut worden ist. Hm. Okay, da müssen wir mal schauen. Schauen wir mal hierher. Auf Fässer? Nee. Dach, da ist eine Flüssigkeit. Was war denn das? Das war Schnelligkeit, glaube ich. Richtig? Geschwindigkeit, ja. Du wirst ziemlich schnell werden. Das war eigentlich mein Gedanke, dass wir dich zweihändig... Also, dass du relativ stark geschützt bist und so weiter und so fort. Und je nachdem, viel Schaden machst. und dass du ähm, relativ sehr, sehr schnell bist und mit zwei Händen äh, kämpfen tust. Ja, gut. Sonst war da nichts drin. Das ist das hier. Ach, da ist noch Flüssigkeit. Ähm, Ausdauer. Okay, da ist Ausdauer ja natürlich jetzt weiter unten. Ich weiß gar nicht, was das genau ist. Ich glaube, Ausdauer darfst du mal trinken. Wo geht's hier rein? Ist da noch was drin? Äh, das sieht eigentlich aber nicht gut aus. Werd krank, gewinnt jedoch einen Gegenstand. Und zwar die Schildkunde. Werd aber krank. Ne, dann darfst du das nochmal machen. Weil du bist ja schon krank. Na ja, gut. Sonst ist hier jedenfalls nichts drin. Das war jetzt dieses Gebäude hier. Ja, kompliziert, kompliziert. Ich hoffe, ich finde nachher noch alle Gegend, äh, alle, da geht's nicht rein, alle Dingsbums, alle, ähm, wie heißt's so schön, äh, Gebäude und so weiter. Das sieht nach einem Gegenstand Laden halt aus. Können wir auch mal schauen. Können wir da hochgehen? Ne, können wir nicht. Dann reden wir mal mit dir. Erstmal Fragen stellen. Irgendwelche Neuigkeiten? Ich habe von einem Spiel gehört, dass man in Frostgart spiert. Man schnallt sich Messer an die Füße und jagt auf einen zugefrorenen See einen Keks hinterher. Es hört sich großartig an. Ich möchte Frostgart besuchen und dieses Spiel ausprobieren. Äh, was wisst ihr über Tamualeng? Wer ist das? Der Name kommt mir bekannt vor, aber ich kann ihn nicht ganz einordnen. Und was wisst ihr von Abenteuern? Wenn ihr ein Rat braucht, sucht Tömon im Nord von Trujgard auf. Er ist, er hilft immer. Zaubersprüche? Was haben wir denn da? Krankheit. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Für Krankheit brauchen wir tatsächlich Dunkel und Elementar. Dunkel auf Experte. Damit habe ich nicht gerechnet. Regeneration, das ist das hier. Also den da hätte ich eigentlich ganz gerne mit Krankheit, so oft wie wir krank werden. Aber Experte werden? Ja, okay. Das heißt, wir müssen Dunkel auf jeden Fall auch nochmal auf vier hochbringen. Das ist dann das Nächste, was wir machen sollten. und Elementar, da Elementar auf jeden Fall hochgeht, solltest du das dann lernen. Habe ich auch nicht mit gerechnet, aber gut. Ist so. Stadtportal, Segnung, Glaube. Das ist Licht und Geistig, das war aber auch irgendwie klar. Das könnte interessant sein. Vitalität, Licht und Geistig, Beschleunigung ist das. ist okay. Naja, okay. Sollen wir uns Krankheit einfach mal holen? Was kostet uns der? Ja, viel Geld. Ich hole mir den. Habe ich den jetzt geholt aus Versehen? Ne, ich habe ihn nicht geholt. Ich hole mir den Dinger. Krankheit. So, und dann, das hier kannst du verkaufen. Elementar Magie. Okay. 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 So, und Krankheit. Ja, Krankheit kriegst dann du. Aber da. Habe ich, wie gesagt, nicht mitgerechnet. Ich hätte eher mit unseren Priester mitgerechnet, aber gut. So ist es halt. Und, ja. Ich würde sagen, dann beenden wir die Folge und machen beim nächsten Mal weiter. Schauen wir uns Trunkheim mal ein bisschen genauer an, was wir so alles hier entdecken werden. Ja, wie gesagt, ich hoffe weiter auf weitere Quests und beim Jaal müssen wir auf jeden Fall was machen. Mal schauen. Vielleicht gibt es beim Jaal auch so eine Quest, wo wir in der anderen Statue auch vorher gewesen sind. Saber sabotieren müssen oder sonst irgendwie was. Mal schauen. Bis dahin, macht's mal gut. Bis morgen dann. Ciao. 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 Vielen Dank.